Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, im Deutschkurs A2, B1, B2, DSH, beziehungsweise Text-Daf-Vorbereitung, sind wir jetzt in der Übung 2 und beantworten die Fragen zum Textverständnis. Bitte antworten Sie in vollständigen, grammatikalisch richtigen Sätzen von Nummer 1 bis Nummer 10. Die Lösung werde ich Ihnen im Beschreibungsteil des Videos nachliefern, beziehungsweise meinem Lösungsvorschlag. Wenn Ihre Antwort davon abweicht, muss es nicht falsch sein, dann lassen Sie bitte von einem Deutschen, von einem Muttersprachler, Ihre Antworten prüfen. Tschüss, bis zur nächsten Übung. Tschüss, bis zur nächsten Übung.